so und damit herzlich willkommen hier zu caesarea schön dass ihr wieder mit dabei seid so mittlerweile ironischerweise steigen auch unsere einnahmen wieder obwohl wir die steuern runter gesetzt hatten und die gehälter wieder ein bisschen erhöht hatten so aber wir werden eventuell mal schauen dass wir unsere städte nach möglichkeit mal miteinander verbinden das sollte man vielleicht tatsächlich mal machen müssen wir natürlich mal gucken ich bin mir nicht ganz sicher wir können halt nirgendwo bauen wie das aussieht verwundert mich so ein bisschen ich würde ganz gerne irgendwo in der möglichkeit haben an der freien fläche eventuell mal einen weg zu bauen damit unsere leute da auch durchkommen haben wir aber anscheinend nur hier unten achte gut damit unsere leute nämlich mal ein bisschen schneller unterwegs sind müssen wir uns mal ganz kurz ein bisschen orientieren von wo unsere leute kommen kommen von hier unten aber wenn man nämlich tatsächlich mal ein bisschen geld in die hand nehmen und tatsächlich hier unten mal einen weg lang bauen unsere leute wie gesagt mal ein bisschen schneller unterwegs sind in der hoffnung dass sie den weg auch nehmen ich hoffe mal dass die von automatisch diese wegfindung auch anerkennen das wäre eigentlich ganz gut so denn das gute ist dadurch dass wir ja wieder ein bisschen geld zusammen bekommen haben durch göttliche flügung haben wir dann natürlich auch die möglichkeit dementsprechend unsere städte mal ein bisschen weiter zu verbinden damit das ja nicht so ein ewiges geraffel ist hier mit dem rumlaufen wenn wir hier nämlich dezent durch den wald einfach mal eine straße legen so muss man tatsächlich mal gucken wo genau wir dahin müssen ah ja bis hier oben hin so dann gucken wir mal ob wir hier lang bauen können können wir nämlich sehr schön da müssen wir jetzt natürlich bis hier hinten hin natürlich erst mal ein etwas längerer weg aber ich bin mal stark der meinung dass ich das bezahlt machen wird hoffe ich jedenfalls wie gesagt so da meine mich hier oben weil dezent mein weg land bauen das war mal jetzt mal dezent miteinander verbinden so haben wir hier oben in mir schon eine verbindung geschaffen wie gesagt ich bin mir nicht ganz sicher ob die bewohner so schlau sind und doch wie es aussieht nehmen sie automatisch den weg oder auch nicht ab und an scheinen sie halt ein bisschen außerhalb des weges zu laufen aber ein teil der strecke laufen sie anscheinend schon mal mit oder mit feldwegen nehmen wir es mal feldwege oder trampelfahrer je nachdem sehr schön sehr schön sehr schön so kann man tatsächlich noch ein bisschen großzügiger hier noch ein bisschen ausbauen jetzt wo wir die entwicklerwerkzeuge haben werden wir hier mal ein bisschen großzügiger aufforsten mit was bevölkerung angeht so wir sollten mal schauen hier oben ist nämlich eine wasserquelle wenn ich das richtig sehe oder auch nicht mich da jetzt verguckt naja scheine ich mich verguckt zu haben äh dann müssen wir es tatsächlich mal anders machen wir brauchen tatsächlich irgendwo einen durchgang wo wir ein aquädukt lang legen könnten mal gucken ob wir hier irgendwo eine freie fläche finden vom wasser aus das ist momentan halt noch ein bisschen merkwürdig es fehlen halt immer mal so ein bisschen irgendwo die übergänge aktuell das fehlt momentan noch so ein bisschen muss ich gestehen normalerweise müssten überall mal irgendwelche rampen sein weil das wird im spiel noch nicht drin sein original gab es immer so eine rampen das waren wie runtergebrochene steine da konnte man auch einen weg drauf bauen da scheint es jetzt hier anscheinend aktuell noch nicht zu geben wenn ich das hier richtig sehe seitdem wir müssen halt irgendwie ans wasser kommen das ist halt der springende punkt gerade so wir werden auch hier mal schauen dass wir hier sagen möchten ja ganz gerne möchten ja ganz gerne ein lagerhaus haben und dann werden wir hier schon mal anfangen unsere industrie ein bisschen aufzubauen denn wie wir sehen hier haben wir halt jede menge steine und wir hatten ja gelesen dass wir an den steinen sowohl eisen als auch marmor steinbrüche bauen können immer hier gerade ganz gut wenn wir hier nämlich schon mal dezent unsere industrie müssen auf wirtschaften ist ein bisschen teurer gewesen als ich dachte müssen wir tatsächlich noch mal gucken das war müssen wir uns noch mal ein bisschen was dazu geben wenn wir nicht mehr ganz im minus sind da werden wir schauen dass wir uns schon mal die mitsprüche wieder ein bisschen aufmunitionieren ist halt aber auch ärgerlich dass wir hier nirgendwo so wirklich an wasser herankommen es hat immer ein einziger durchgang nur und der ist jetzt schon zugebaut das ist momentan noch ein bisschen kritisch muss ich sagen ich hoffe mal dass das nochmal überarbeitet wird denn das ist nicht gerade unerheblich wäre halt einfach mal extrem wichtig noch mal man könnte jetzt sagen wir machen hier noch mal wasser hin das sollten wir vielleicht mal machen sagen wir halt einfach wir bauen hier mal ein reservoir machen wir dann wasser zu zuführung und sagen wir ziehen hier ein aquädukt durch ist natürlich jetzt ein massiv langer weg da muss ich selber erstmal gucken wie weit wir da müssen das ist wirklich ganz schön langer weg aber sollte man tatsächlich mal machen sagen wir mal wir gehen hier so durch so gehen wir hier einfach mal komplett lang musste erstmal nicht sonderlich schön sein aber hilft uns auf jeden fall erstmal dabei dass wir dementsprechend genügend wasserversorgung herstellen können so und dann sagen wir wir wollen hier nochmal ein reservoir haben so das muss man jetzt natürlich noch verbinden ah wir sind schon wieder minus es geht tatsächlich schneller mit einem minus als ich dachte so wie gesagt normalerweise ist das nicht drin wir nutzen es jetzt einfach mal damit ich noch ein bisschen was zeigen kann vom spiel entsprechend oh es scheint wir müssen hier nochmal ein aquädukt zwischensetzen oder reservoir besser gesagt müssen wir wahrscheinlich noch mal das eine oder andere reservoir dazwischen setzen scheint mir so jetzt haben wir das verbunden tja aus irgendeinem grund scheint das wasser nicht zu erreichen es ist natürlich ein bisschen ärgerlich haben wir hier in der richtung natürlich kein wasser wir bräuchten halt irgendwo noch eine möglichkeit noch eine zweite im wasser anschließend zu bekommen das ist so ein bisschen der punkt gerade wäre halt gut wenn wir hier irgendwie durchkommen würden wenn ich irgendwie hier die steine beseitigen die karte ist halt wirklich mal nicht optimal das muss man halt wirklich mal so sagen wie gesagt es hat noch eine relativ frühe entwicklungsphase des spiels sind immer mal noch so die ein oder anderen sachen die nochmal nachgebessert werden müssen wie sieht es denn hier aus hier wäre nochmal eine möglichkeit hier wäre tatsächlich auch nochmal eine möglichkeit ja verdammt ich dich tue noch dran gut also nochmal dann sagen wir wir müssen halt hier nochmal den weg nochmal neu setzen und zwar hier zur not nochmal weg wegreißen können damit wir den platz hin nämlich verwenden können dann können wir hier nämlich irgendwo auch nochmal ein reservoir hinsetzen na komm schon da gab nochmal speichert ah verdammt sollte man so natürlich nicht machen wenn daneben stein ist wo man nicht dran bauen kann so dann sagen wir hier nochmal lang bauen brauchen wir mal dezent an den steinen ein bisschen lang denn da können wir sowieso nichts groß bauen so dann haben wir hier nämlich zur not nochmal relativ große fläche wo wir nochmal wasser bauen könnten so die große frage ist kommen wir jetzt bis da drüben das ist jetzt die große preisfrage mal sagen wir setzen hier nochmal ein reservoir hin hier vielleicht so mal gucken ob wir überhaupt bis dahin reichen ja das reicht tatsächlich noch hier wird es schon wieder knapp hier wird es tatsächlich schon wieder knapp wie wir sehen ja das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich heißt immer mal so ein bisschen wieder das wasser ab entstehen die frage ist ob es was bringt wenn wir hier zwei davon hinsetzen das könnte man nochmal probieren ob dann der wasserstand einfach mal höher wird kann man nochmal ausprobieren wenn wir sagen wir haben doppelte wassermenge scheint aber tatsächlich nichts zu bringen mal hier eventuell noch mal gucken dass wir hier sagen wir brauchen hier nochmal ein aquädukt oder Reservoir besonders Wasser strecken sind halt immer nicht großartig weit genug das hat ja so ein bisschen das problem und hier nochmal gucken hier können wir eventuell auch noch mal eine wasserquelle bauen dann denke ich mal dürfte es auch reichen mit sagen hier nochmal eine wasserquelle aquädukt und aquädukt bis hier dran so jetzt dürfte eigentlich eine durchgehende wasserversorgung da sein hat ewig gedauert zugestanden brauchen wir tatsächlich noch mal ein bisschen Geld aber wir haben tatsächlich jetzt äh ironischerweise hier wieder keine wasserversorgung so müssen wir immer mal so ein bisschen den augen offen halten hier irgendwo vielleicht mal eine stelle finden wo wir mal durch durch kommen das hat momentan immer noch wie gesagt immer noch so ein bisschen das ärgerliche kleine problemchen hier steht überall so ein bisschen die möglichkeit durchzubauen was wir aber tatsächlich gucken könnten wir müssten ja rein theoretisch jetzt irgendwo hier in der nähe dann mal sollten wir eventuell auch noch mal ein tempel bauen haben wir mal was nehmen wir mal immer mal venus ne wird hinter liebe ist nie verkehrt auf dass sie sich vermehren mögen so und dann kann man nämlich sagen wir wollen hier schon mal haben wir hier irgendwo krankheiten fragen ist natürlich wo sind die krankheiten hier anscheinend nämlich nicht so sieht es denn aus 400 möbel haben wir sehr schön was brauchen die denn als nächstes anlagen oder gärten wollen die haben tja was könnte man da mal bauen könnte man mal ein orakel bauen oder dürfte eigentlich auch die umgebung ein bisschen ein bisschen aufwerten denke ich hoffe ich zumindest anlagen mit plätzen und ob wir hier noch mal ein bisschen was bauen schwierig momentan so ein bisschen es gibt keine unterhaltung ok wir brauchen also anscheinend noch ein unterhaltungs gedöns betons schule amphitheater ist auch wieder ein ganz schön großes gebäude haben wir halt auch wieder relativ schlecht platz für das ist ein bisschen ungünstig sagen wir aber sicher geht uns jetzt ein bisschen der bauplatz aus tja das ist jetzt die große frage wie machen wir das am besten ich würde mal fast sagen wir trennen uns mal von von der schweine zucht da oben und setzen stattdessen die unten hin wir setzen die hier hin und reißen die dafür ab dann setzen wir hier stattdessen das amphitheater mal hin so wie wir sehen auch hier scheint es noch kein dementsprechendes gebäudemodell zu geben aber wie es aussieht kommen unsere ersten jongleure schon beziehungsweise schauspieler das heißt wir durften hier auf jeden fall gleich das erste mal unterhaltung kriegen so langsam auch sicher haben wir doch ein bisschen was wir schaffen schon mal so gladiator und schule könnten wir halt rein theoretisch auch mal gucken künstler kolonie kriegen wir halt immer mehr so ein bisschen die platzprobleme gerade sind hier schon arbeiter drinnen ja schon heizen so dann reißen wir die jetzt auch nochmal weg ach das ist gar keine weizenfarm aber dann müssen wir die hier wegreißen aber dementsprechend dürfte man jetzt auch mal unterhaltung kriegen so ach das ist schon aufgewertet worden jetzt müssen wir halt warten was unsere was unsere unterhaltungsleutchen hier machen keine wasserversorgung ach du gott tja was sagen müssen wir uns leider hier vertrennen müssen wir nochmal ziehbrunnen hinbauen ah sehr schön nächste gebäudestufe sehr schön so was haben wir jetzt hier schönes großes Mietshaus oh scheint gerade so als ob das spiel gerade abgestürzt ist so würde ich sagen oh ne das hat sich wieder gefangen ok dann habe ich nichts gesagt so wir sollen auf jeden fall ein bisschen attraktivität wieder hinzufügen tja da müssen wir natürlich mal gucken das war eventuell sagen wir bauen mal äh wo haben wir es triumphbogen können wir glaube ich eh nicht bauen ne wir hatten doch irgendwo wir hatten doch irgendwo auch star touren wo haben wir denn star touren ah hier brauchen wir mal eine mittlere statu hin in der hoffnung dass es ein bisschen was bringt so wie groß ist denn eigentlich eine kleine statu ja der brunnen hier eh nicht geht wenn wir den mal wegnehmen und werden stattdessen mal äh eine kleine statu hinsetzen in der hoffnung das ist ein bisschen was an der ästhetik unserer wohngebiete bringt so was brauchen wir denn jetzt es braucht bildungseinrichtungen gut dann müssen wir also irgendwo eine schule bauen das kriegen wir gelegentlich auch hin äh wenn wir es denn finden wo haben wir denn hier eine schule hier ah hier eine kleine schule tja das ist natürlich jetzt auch wieder so ein bisschen problem mit dem äh mit dem platz jedes mal ne müssen wir jetzt hier mal so ein bisschen hin klatschen ist jetzt nicht äh großartig schön aber da wollen wir momentan nicht mehr allzu viel platz haben kann man das ganze einfach mal ein bisschen simpler aufbauen so ist denn hier schon jemand am werk hin aber zwei leute brauchen wir noch guck mal guck mal direkt mal was unsere äh oh wir haben relativ hohe arbeitslosigkeit sehe ich gerade was hat unser lebensmittelvorrat oh ihr durcht wir sollten mehr lebensmittel anbauen äh machen wir ruhig noch ein paar äh gemüsefarmen mehr ich denke mal ist das nicht so verkehrt wenn wir da ruhig ein bisschen besser vorrat haben so wie sieht es hier aus mit lebensmitteln auch nicht allzu pralle ja sollte man hier das gleiche tatsächlich auch noch mal machen so sagen wir einmal gemüse und einmal werden wir noch vier farm bauen oh müssen wir tatsächlich noch mal umdisponieren wir haben gerade gesehen das können wir da gar nicht bauen dementsprechend so wenn wir das hier nochmal hin bauen müssen wir nämlich schon ein bisschen darauf achten dass wir auch den weg nochmal frei halten oh wir sind wieder pleite es gibt momentan relativ zügig denn einige gebäude sind ziemlich teuer wie wir gesehen haben wir sollten bei gelegenheit eventuell mal schauen dass wir mal anfangen den ersten marmor zu verkaufen werden wir mal sagen wir werden uns nochmal einmal geld holen dann werden wir auf der weltkarte mal gucken ob wir irgendwo eine stadt finden die uns marmor abkaufen würde wäre tatsächlich nämlich gar nicht so schlecht natürlich jetzt ungünstig dass wir keine städte auf dem festland mehr haben ne sandria hier haben wir noch eine stadt die verkauft auch nichts aber gut die werden alle noch nicht implementiert sein nehme ich mal stark an haben wir momentan wirklich nicht allzu viel städte aber hier eventuell irgendwo eine stadt die uns marmor abkaufen würde auch nicht oder ne schade 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 naja aber eisen könnten wir tatsächlich verkaufen sich gerade werden wir mal noch ein paar eisenminen bauen oh das aussieht ja mal angegriffen ja wir werden angegriffen ok umso wichtiger dass wir eventuell uns dann demnächst mal um waffen kümmern so na kommt schon jetzt zieht mal ab hier dass ich hier was bauen kann oh es werden immer mehr ja gut die werden jetzt so ein bisschen unsere stadt gerade zerlegen dementsprechend würde ich mal sagen war es das fürs angespielt wir werden gerade so ein bisschen geradet von geisterhaften truppen soll es das an der stelle mal für das angespielt sein ich denke mal ja man konnte schon einige sehen wie gesagt wer wer caesar 3 kennt dem dürfte das spiel dementsprechend auch ein bisschen mehr sagen es hat eine neuauflage von caesar 3 von der sierra reihe damals und ja ja wie gesagt ist free to play momentan hat noch in der frühen entwicklungsphase dementsprechend sind immer mal noch ein oder andere bugs zu finden und ein oder andere haker bei den karten ist ein unwegsames gelände momentan noch wird alles noch überarbeitet ruhig mal reinschauen wie gesagt immer mal so zum zwischendurch und den beispielen ganz feine sache und ja ich werde mal die augen offen halten ob ich über die feiertage oder beziehungsweise die nächsten tage vielleicht nochmal das ein oder andere indie game nochmal finde was ich euch nochmal vorstellen kann das war vielleicht über die feiertage noch ein bisschen was zu tun hat und ja bedanke ich mich erstmal fürs zuschauen ich hoffe er hat trotz alledem ein bisschen spaß hier bei dem angespielt und lasst dem video vielleicht ein däumchen da würde ich mich sehr darüber freuen gerne auch ein abo da lassen denn wir werden immer mal wieder neue indie games anspielen dementsprechend verpasst ihr da natürlich keine projekte mehr die wir hier machen und ja dann wie gesagt mit den brennenden ruinen die hier gerade hinterlassen werden verabschiede ich mich mal von diesem angespielt vielen dank fürs zuschauen und sehen wir uns im nächsten projekt bis dahin ciao ciao